Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Livestream von der Münster Musikrad auf Zell. Sie fragen sich jetzt, was ich hier eigentlich gerade zu suchen habe und warum wir nicht live sind. Wir können leider den dritten Livestream nicht live senden, da nämlich die Pfarrgemeinderatswahlen stattgefunden haben und die Auszählung läuft. Und deswegen können wir die Räumlichkeiten heute nicht benutzen. Und wir haben gedacht, bevor wir keinen Livestream haben, drehen wir ein bisschen vor. Wir machen das quasi wie beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker und füllen jetzt die Lücke, und zwar die große Lücke, bis die Gottesdienste und die Proben wieder stattfinden können. Und das nutzen wir heute, um Ihnen zu zeigen, was wir eigentlich in der Woche so machen und wo wir uns aufhalten. Und in diesem Raum halten wir uns sehr oft auf. Ich drehe mich jetzt ein bisschen. Sie sehen hier unser Solistenzimmer. Und in diesem Zimmer arbeiten wir mit den Solisten für die Konzerte, für die Gottesdienste, mit den Orchestermessen. Wir arbeiten aber auch mit den Solisten von der Jugendkantorei. Auch die Proben hier, wenn es extra Proben gibt. Und Sie sehen hier stehen viele, viele Noten. Und natürlich der wunderschöne Flügel von Andreas. Hier verbringen wir also sehr viel Zeit. Mindestens dreimal die Woche halten wir uns hier für mehrere Stunden auf. Und wir haben auch ganz toll ein Telefon. Und da können Sie uns anrufen. Aber nicht, wenn wir proben, denn da brauchen wir Ruhe. Jetzt gehen wir weiter. Ich möchte Ihnen nämlich heute noch ein bisschen was anderes zeigen. Und zwar gehen wir durchs Treppenhaus. Ich glaube, Sie waren hier noch nie drin. Und vielleicht hören Sie schon an der Akustik. Es ist ganz still hier. Normalerweise sind hier einige Leute unterwegs. Und jetzt gehen wir mal runter. Kommen Sie mit. Der hier gehört nicht zu uns. Aber hier sehen wir schon den Spruch. Von unserer Singschule. Be a voice. Not an echo. Seine Stimme. Kein Echo. Da gehen wir doch mal rein. Und. Hui. Da ist es ein ganz heller Raum. Und dieser helle Raum. Dieser helle Raum ist unser neuer Raum. Von der Münstermusik. Hier werden wir Noten lagern. Hier werden wir Kleidermaterial lagern. Noch haben wir nicht so viel Platz. Wir haben zwei Schränke. Und. Hier sehen Sie auch. Von unserem Musical. Die ersten Kostüme. Leider konnten wir das Musical ja noch nicht aufführen. Die Hörner unseres Teufels. Und dann sehen wir hier. Die Alben. Der Jugendkanterei. Da wir noch kein Regal haben. Müssen die Noten noch notgedrungen hier. Überall lagern. Überall lagern. Aber. Es wird. Hier haben wir was ganz tolles. Ich drehe mich mal so hin. Und zwar haben wir hier eine Schallplattensammlung gerettet. Vom Gymnasium aus Singen. Vom Friedrich-Wöhler-Gymnasium aus Singen. Und ich bin sehr froh, weil es ganz tolle Schallplatten sind. Und ich finde, Schallplatten darf man nicht wegwerfen. Und jetzt gehen wir wieder raus. Wir verlassen diesen Raum. Wenn er wieder richtig aufgebaute ist, kommen wir nochmal hin und zeigen Ihnen das Ergebnis. Jetzt verlassen wir diese Tür. Ziehen sie zu. Und gehen in den nächsten Raum. Hinter mir ist gerade die Garagentüre kaputt. Und viele fragen sich immer, Mensch, wo parken eigentlich die Leute, die in der Höllstraße wohnen? Schauen Sie mal kurz rein. Da parken wir. So, jetzt gehen wir aber ganz schnell raus. Ich renne jetzt mal. Und ich laufe rückwärts. Und ich hoffe, ich breche mir dabei nicht die Beine. Denn jetzt gehen wir in diese Tür rein. Da mache ich mal das Licht an. Jetzt stehe ich im Treppenhaus. In einem anderen Treppenhaus schon wieder. Und zwar im Treppenhaus der Höllstraße. Ich höre Musik. Sie auch. Da gehen wir doch mal hoch und schauen. Und hier gibt es wieder eine Türe. Und die machen wir jetzt auch. Wir befinden uns jetzt im Foyer im Friedrich-Werber-Haus. Und ich zeige Ihnen mal, wo unsere Kinderkantorei jede Woche mit der Frau Burger probt. In diesem Raum proben unsere Jüngsten von drei bis zur dritten Klasse. Und dann proben sie im anderen Raum. Und den zeige ich Ihnen jetzt auch. Und da schauen wir mal rein. Hier probt der Andreas gerade. Ja, wir sind jetzt hier im großen Saal vom Friedrich-Werber-Haus. Von unserem katholischen Gemeindehaus. Und es ist einfach ungewohnt. Denn der Saal ist leer. Wenn man mal so ein bisschen rumschwenkt und rumschaut. Hier, wo sich eigentlich doch die Menschen versammeln. Normalerweise, wo die ganzen Chorproben stattfinden. Das ganze musikalische Leben. Auch unsere Gemeinde. Die Vorbereitungen darauf. Ist jetzt einfach seit geraumer Zeit gar nichts mehr. Und ja, das fehlt. Ich muss einfach sagen, das fehlt. Und ich vermisse diese Chöre. Ich vermisse euch alle vom Münsterchor. Ich weiß genau, wer wo sitzt. Ich habe das hier vor Augen, wenn ich hier stehe. Und es ist einfach niemand da. Wir waren in der letzten Probe fast 80 Sänger. Der Meinradschor und der Münsterchor hatten die letzten zwei Proben zusammen geprobt. Und wir haben gemeinsam die Krönungsmesse vorbereitet und geprobt von Mozart. Wir hatten tolle Solisten. Das war alles wunderbar geplant. Aber dann kam eben diese Epidemie. Und seither finden keine Proben mehr statt. Ja, es ist eine ganz merkwürdige Situation und auch ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich möchte euch auch, liebe Chorsängerinnen und Chorsänger, sagen, ihr fehlt mir. Es ist wirklich, es ist merkwürdig. Und nicht nur ihr, sondern auch die Situation allgemein. Jetzt, wo die Ostergottesdienste ausfallen und das ganze musikalische Programm, es sind ja auch schon einige Veranstaltungen in unserem neuen Münstermusikprogramm ausgefallen, das schmerzt wirklich. Und es ist sehr, sehr ungewohnt. Aber auf der anderen Seite bin ich einfach auch überzeugt, dass diese Zeit, so komisch das jetzt auch klingt, zu irgendwas Nütze sein wird. Und dass diese Zeit uns auf einen ganz besonderen Weg nimmt, sofern wir nicht selber krank werden. Ja, wohin dieser Weg führt, was das für ein Weg ist, das weiß einer allein. Aber es gibt noch einen wunderbaren Dichter, der ein herrliches Lied über dieses Thema geschrieben hat. Paul Gerhard. Es geht um das Lied Befiehl, du deine Wege. Ein Strophenlied. Und Paul Gerhard ist ein Dichter, der, obwohl er schon lange tot ist, immer noch sehr, sehr, sehr aktuell und fesselnd ist. Und einer, der wirklich weiß, was Epidemien oder Pandemien, was das sind. Er kommt aus einer Zeit, da kannte man das wirklich noch. Wir haben das heute ja so gut wie vergessen. Und dieses Lied Befiehl, du deine Wege, von Paul Gerhard wurde vertont von Uwe Strübing. Uwe Strübing ist ein zeitgenössischer Komponist. Und meine Frau, Irene, Irene Mattausch und ich, wir hatten die Freude, dieses Stück am 6. Januar in Erlangen uraufzuführen. Das war ein wunderbares Erlebnis in Anwesenheit des Komponisten. Und da der Text einfach fesselnd ist, möchten wir dieses Stück jetzt für euch alle hier aus dem leeren Friedrich-Werber-Haus musizieren. Einfach auch im Gedenken und in guter Erinnerung an alle, die hier sonst musizieren. Und wir schicken euch hiermit viele Grüße und bleibt bitte alle gesund. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch. Wir sehen uns auf ein Wiedersehen mit euch. Wir sehen uns auf ein Wiedersehen. 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 Gott wird dich aus den Hühnen, da dich der Nummer plagt. Mit großen Gnadenlücken, wir machen nur die Zeit. So bist du schon erblicken, die Sonne schönste Freude. Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen, gute Nacht. Das Fahren, was das Herz, die trübt und traurig macht. Bis du, doch nicht Regente, die alles führen soll. Gott sitzt im Regiment und fühlt alles voll. In ihn, was tun uns walten, er ist ein weiser Fürst. Und wird sich so verhalten, dass du dich wundern willst. Wenn ihr die Länge würdet, mit wunderbarem Rat. Dass wer hinaus geführt, was dich bekümmert hat. Er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen. Und tut an seinen Teile, als hüte in deinem Sinn. Und sollst du für und für in Angst und Müden schweben. Als fragt, als fragt er nichts nach dir. Wird's aber sich befinden, dass du ihm treu verbleibst. So wird er dich entbinden, da du's am wenigsten glaubst. Wie will dein Herz lösen, von dir so schweren lässt. Die du zu keinem Bösen bis hin getragen hast. Die du zu keinem Bösen bis hin getragen hast. Mit Ruhm und Dank geschreie, den Sieg und Ihren Glück. Die du zu keinem Bösen bis hin getragen hast. Die du zu keinem Bösen bis hin getragen hast. Mach Ende, o Herr, mach Ende mit all der unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände und los bis hin den Tag. Uns all seit deiner Pflege und rei empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Befehl dem Herrn dein Weg und hoff auf ihn. Die du zu keinem Bösen bis hin. Die du zu keinem Bösen bis hin. Die du zu keinem Bösen bis hin. Das ist ein Bösen bis hin.